Hallo, in diesem Video möchte ich euch die Thor Fire C8S Flashlight vorstellen. So heißt sie, ist aus gebürstetem Aluminium, liegt gut in der Hand, hat eine große Öffnung vorne, hat drei Modi. Ich schalte jetzt mal über Licht ein, später nochmal im Dunkeln, das ist einmal hier ganz stark. Lieber nicht reinschauen, dann ganz schwach, mittel und ganz stark. So, wieder ausgeschaltet. Die Taschendampe wiegt 145 Gramm ohne Akku, Batterie. Das hier ist die Batterie der Akku, der da eingebaut werden kann. Ich habe hier einen Lithium-Ionen 18650, 3,7 Volt Batterie, heißen die. Hier könnt ihr sehen die AA dazu, die kennt ja jeder. Ist um einiges gigantischer. Die kommt da auf jeden Fall rein und dann funktioniert das Ganze. 900 Lumen ist das stärkste Licht hier bei den drei Modi. Ist eine richtig nice Taschenlampe, liegt gut in der Hand. 20 Jahre soll die LED halten, mal sehen. Und jetzt mache ich einfach mal das Licht aus und dann seht ihr weiter. Licht ist aus und dann schalte ich jetzt nochmal hier ein. Das ist gleich auf der stärksten Stufe. Ich mache die Augen zu, damit ich nicht erblinde. Es ist richtig hell, das helle Licht. Dann schalte ich jetzt mal auf das schwache Licht runter. Stark genug, um einen Text lesen zu können. Dann das mittlere Licht. Noch stärker. Und das starke Licht, fast zu grell, um einen Text lesen zu können. Hat eine sehr gute Ausleuchtung und man kann auch sehr weit damit scheinen. Ist eine sehr schöne Taschenlampe. Ich mache jetzt das Licht wieder an. Und wenn ihr diese haben wollt, gibt es auf Amazon. Ist nicht so teuer. Kann man sich bestellen. Also macht's gut Leute. Ciao.